So, hallo, hallo bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind fast bei 2000 Abonnenten. Ich freue mich riesig und deswegen kommt hier auch wieder ein absolut genialer Content. Hör auf, deiner speziellen Person oder irgendeiner anderen Person freien Willen zu geben. Ja, bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn ich werde dir erklären, wie du die Arbeit niederlegen kannst und einfach deinem SP, deiner speziellen Person, die Arbeit überlassen und dich zurück manifestieren lassen von ihm oder von ihr. Ja, everyone is you pushed out, everything is you pushed out. Alles, was du da draußen siehst, ist eine Reflexion von dir, von deinen Annahmen, von deinen Überzeugungen und von deinen Rückschlüssen und von deinen Glaubensmustern. So ist eben auch dein SP ein Produkt deiner Überzeugungen. Alles, was er oder sie dir zeigen kann, ist in dir entstanden. Warum es entstanden ist, ist völlig egal. Es ist aus der Kindheit, es ist aus alten Überzeugungen, es ist aus der Reflexion der Mutter respektive Vater. All diese Gründe sind letztendlich egal. Fakt ist, dass du das manifestierst, dass du die Energie deiner Gedanken, Vorstellungen und Ansichten in Form bringst und in Form anderer Menschen, in Form deines SPs, deiner speziellen Person. Und da das hundertprozentig so ist und wenn du noch daran zweifelst, sei bitter, bitter ehrlich mit dir und stelle dir immer nur die Frage, wenn du an eine Situation denkst, die dir widerfahren ist, was hast du erwartet, was hast du gedacht, ist das für eine Person, was hast du gedacht, wie reagiert diese Person, was hast du gedacht, wie diese Person sich dir gegenüber verhält, etc., etc. Geh immer wieder zurück zu dir und erkenne, dass die Vorstellung zuerst in dir aktiv war, bevor sie sich im Außen manifestiert, dir gezeigt hat. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du dir selber diese Klarheit zweifelsohne verschaffst und sagst, ja scheiße, jede Annahme, die ich getroffen habe, jede Angst, die ich hatte, aber auch jede Überzeugung, die ich hatte, wurde mir gezeigt, im Außen wurde manifestiert, hat sich manifestiert. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich sage, ja gut, es kann ja anstrengend sein zu sagen, okay, ich will unbedingt meinen SP, meine SP zurück manifestieren, ich möchte meine Ansichten verändern, ich möchte meine Rückschlüsse verändern, ich verändere natürlich mein Selbstkonzept, wer ich bin, ich mache mich zur Traumfrau, zum Traummann, ich denke und fühle und verhalte mich so, als würde jeder auf mich abfahren, als würde jeder mich toll finden, als würde jeder mich lieben, begehren und verehren. Das bin ich, Traumfrau, alias Traummann. Logisch habe ich ja dann auch als Partner einen Traummann, Traumfrau. Entsteht aus meiner Reflexion, aus meiner Ansicht, aus meinen Gedanken. Weil wenn ich wertvoll bin, wenn ich geliebt bin, wenn ich gewollt bin, dann ist mein Partner auch wertvoll geliebt und gewollt und liebt mich, respektiert mich, sieht mich als wertvoll an, bin ich für ihn wertvoll. Ich bleibe jetzt hier als Frau und spreche für einen männlichen SP. Wenn du als Mann hier zuschaust, musst du es bitte umdrehen. Okay, so, also habe ich meinen idealen SP in meiner Vorstellungskraft schon in die Realität, in seiner Version aktiviert. Ich weiß, wie er sein muss, weil ich bin die, zu der nur so ein Mann passt. Also, mein SP ist großartig. Er liebt mich, er trägt mich auf Händen. Er will immer bei mir sein, mit mir sein, mein Leben mit mir teilen, mich unterstützen. So ist mein SP. Und er kann es nicht aushalten, getrennt von mir zu sein, nicht mit mir zusammen zu sein, sein Leben nicht mit mir zu teilen, weil ich die wichtigste, großartigste Person überhaupt bin. Also ist es eine logische Konsequenz, dass mein SP mich zurückmanifestiert. Er denkt die ganze Zeit an mich. Er möchte von mir hören. Er möchte, dass wir zusammen durchs Leben gehen. Und wenn dein SP eben dein Outpush ist, dann gibst du ihm diese Rolle. Dann siehst du in ihm diesen Menschen, der alles für dich tut, der nicht zulässt, dass ihr getrennt seid, der nicht zulässt, dass du vielleicht einen anderen haben könntest. Für ihn ist es absolut unerträglich, nur einen Gedanken daran zu hegen, dass du jemanden anderes bevorzugen könntest. Dein SP hat diese Rolle von dir nun bekommen. Und das heißt eben für dich auch, diese Frau zu sein, die weiß, sie ist so begehrt. Wenn jetzt Trennung da ist und ihr vielleicht sogar keinen Kontakt habt, musst du eben trotzdem in deine Traumfrau-Rolle reingehen. Und was machst du, wenn du weißt, dass er Himmel und Hölle in Bewegung setzt, dass ihr wieder zusammenkommt? Was machst du, wenn du weißt, dass er absolut niemals zulassen würde, dass ihr nicht zusammen seid? Wie machst du dein Leben? Wie planst du deinen Tag? Wie planst du deine Zukunft? Was stellst du dir für dich vor? Wie frei fühlst du dich dann? Wie sorglos gehst du rum? Weil es ist Fakt. Er manifestiert dich gerade zurück. In seiner Vorstellung bist du 100% aktiv. In seiner Vorstellung hat er die schönsten Bilder von euch. Intim, in Liebe, in Verständnis, in absoluter Connection. So ist er unterwegs. Weil du musst es nicht allein machen. Er ist da für dich. Er ist da für dich. Und jetzt kommt das nächste Tool zum Tragen. Wenn er das tut, dann musst du deine inneren Gespräche mit ihm auch so ausrichten. Was denkst du dann, wenn du über ihn denkst, wenn du deine inneren Konversationen mit ihm hast? Dann freust du dich. Dann weißt du, dann hörst du, wie er sagt, ich werde dich niemals einem anderen Mann überlassen. Ich denke die ganze Zeit an dich. Ich will das, was du möchtest. All das hörst du von ihm in deiner Vorstellung. Everyone is you put out. Er ist der Mann, der dich zurück manifestiert. Du musst nicht ihn zurückholen. Er manifestiert dich zurück. Was sagst du ihm? Selbstverständlich bin ich das Großartigste, was dir in deinem Leben begegnet ist. Ich bin so, so glücklich, dass du deine Gedanken, deine Vorstellung nicht von mir lassen kannst. Und dann gehst du durch deinen Tag und freust dich deines Lebens, weil du weißt, du bist geliebt, du bist gewollt. Einer setzt hier, zwar noch in der unsichtbaren Welt, aber energetisch, weil du es in Auftrag gegeben hast, Himmel und Hölle in Bewegung, damit du glücklich wirst mit ihm. Und er ist hinter den Kulissen dran. Sich absolut genau deiner Vorstellung nach entsprechend in dieser Version des Traummanns zu manifestieren, sich zu manifestieren, dass er dich zurückmanifestieren kann. Und jetzt, wenn du das weißt, kannst du so entspannt sein, so ins Vertrauen gehen, dass die Sachen schon erledigt sind. Du hast sie energetisch in den Auftrag gegeben. Deine Vorstellung ist fix. Dein Bild von ihm ist fix. Dein Bild von euch als Traumpaar ist fix. Sein Engagement, sein Wollen, seine Überzeugung für dich ist fix. Es ist geschehen. Es ist getan. Und bis sich das aus der unsichtbaren, energetischen Welt ins Außen manifestiert, genießt du dein Leben. Machst dir schönste Tage. Stellst dir alles genauso vor, wie du es mit ihm haben möchtest, aber machst es nicht von ihm abhängig. Weil du bist der Schöpfer. Du bist die, die genießt. Du bist die, die ein tolles Leben hat. Du bist die, die durch ihre Vorstellung kreiert und generiert. Du bist die Liederin. Deine Vorstellung leitet, deine Vision zieht alle Menschen in deinen Bann. Und du musst lernen, dich darin zu verankern und festzulegen und festzusetzen und wohl zu fühlen und glücklich zu fühlen. Sorglos zu sein. In diesem Sinne, ich weiß, dieses Video hat dir super, super gut gefallen. Setze um. Setze jetzt um. Bleibe dabei. Ändere deine Entscheidungen nicht. Lass Angst keinen Einfluss haben. Zweifel haben keinen Einfluss. Weil sie sind Zeitverzögerer. Sie ziehen deine Energie, sie ziehen deine Manifestation in die entgegengesetzte Richtung. Also, geh all in für dich, für deinen Traum. Wenn du Hilfe brauchst, Rising Up Mastermind ist genau dazu da, dir zu helfen, in deiner absoluten Divine Design Identität sicher, gefestigt, gebodigt, geerdigt durchs Leben zu gehen. Gib diesem Video ein Like. Teile es, weil es gibt kein zweites, das so genau erklärt, wie es möglich geht und wie du und alle anderen, die genau das machen und wissen und umsetzen wollen, das so gut erklärt. In diesem Sinne, Rising Up Mastermind Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, spar dir die Zeit, der Preis steigt, es ist noch Platz für dich, wir sind so eine geile Community, es geht genau um das Umsetzen, was ich dir jetzt erklärt habe und wenn du das mit uns zusammen machst, dann wirst du nicht mehr so viel in Zweifel, Ängste, Blockaden abrutschen. Gib Gas, all in für dich, wie alle anderen Frauen, die schon angemeldet sind, ich freue mich so riesig, weil es gibt keine Limits. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.